Ah ja, der Geos Genufite. Es gibt hier mehrere Methoden. Eine wäre einfach draufhacken, sich dreimal verprügeln lassen und die ganze Sache ist erledigt. Oder, ich glaube, man kann auch... Kann man nicht. Okay. Ich hab angenommen, man kann auch Turm. Aber ne, er haut sich einfach nur ins Maul, weil er macht immer nur die Hälfte der Napi runter. Und im Prinzip war's das dann auch schon. Und somit sehen wir uns dann beim nächsten Bus.